Hey und willkommen auf meinem Kanal, Marcel Duffers. Heute spielen wir Slenderman Wien Lockdown Edition. Ihr fragt euch was das ist. Es ist eine Slenderman Parodie. Auf Sebastian Christ bezogen und das Spiel soll in Wien spielen. Ich würde sagen, legen wir mal los in der Stadt. Wir nehmen mal einen leichten Lockdown. Lockdown! So. Wir haben 7 Kurbeln gefunden. Kommt vor 8. Drück in die Wohnung. Erst rechts da ist in die Wohnung. Teilzeit geht ihr in die Richtung von unserer Hose. Und ich zwinge. Let's go! So jetzt sind wir entgehen. Du 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 du. Alles aus. Ich sehe halt nur schlecht, aber ich bin mir das weiter vor. Let's go! Hm. Ich weiß, kann ich nicht go für, nein. Go, 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 go. So. Ich hoffe, ich geht's gut so und in allem. Jetzt geht's ne Phase. Aber was mir liegt halt wichtig ist jetzt zu sagen noch, dass es halt niemandem schaden soll. Ich möchte mich niemanden durch und niemanden beleidigen. Ganz wichtig. Ich habe nur Spaß, wo ich spiele. Oh. Jetzt kommt das ja nicht mehr gleich. Oh, ja. Jetzt hab ich Angst. Oh, ja. Na kurze. Mit Bastia da. So. Let's go. Ich glaube, wir wollen. Okay. So. 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 Go 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 Hh 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 Kutzi Hm wenn ich mache ich spreche überhaupt nicht, das ist ja los hier das spielt mich gewitzig wo ich mir dann so mein Stuhl so quietscht ein bisschen ab und zu wieder angst weil das ist ich verstehe wirklich wie jetzt hier das ist doch einer, das ist so ah ja ich wollte eine kurze, ich will es auch mal sehen der kurze bitte beacht, wie gesagt ich niemand beleidigen möchte erst dann wird Unterhaltung da so ich da ich schreie in der Uhr, Hilfe Sehnt ihr meine Kanzleraugen? Wo ist der? Hilfe kurz 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 weg 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 nicht ich will dich nicht pumpsen Hilfe 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 dass sie sich umgehend zurück in ihre Wohnung sie schlawiner sie heizewicht das macht man nicht was? der Rein, der Battle Rapper kurz ist da ist da ist da lieber österreicher oder össe österreicher oder össe AHHH geh ruf geh ruf geh ruf geh ruf du wirst auch von ihrem verschärften Arnämmen wir sind's in den nächsten hundert so jetzt bin ich in der zweiten Hundert ob ich glaube das ist besser Aber ich hoffe, der Kurze ist nicht direkt ums Handeln mich, will ich wissen, dass ich wieder ein Stückchen passiere mir, weil ich finde, das will ich nicht wissen, sagen wir so, aber nur Spaß, so. Grobapier, komm, ich will das Grobapier, Hilfe, Grobapier, renn doch, Hilfe. Warum gehen Sie nicht wieder nach Hause und gehen mit dem Kassel von diesen Netflix und Jamie? Ja, ich gehe hier vor mir, ich wette, ich kann sie nutzen, ich gehe hier vor mir, ich gehe vor mir, ich gehe vor mir, ich gehe vor mir. Soll ich ein Rückschirm schütteln, wir sind den Tag legen, wir dürfen wieder. Unser im schönen Österreich nicht dulden. Ja, das ist ein guter Schrauber. Ähm... So. 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 stehen hinter mir und in den beiden wien wir haben neuesten starke zahlen sicher das was kommt jetzt können wir uns da Ah ja, aber ja. Wie will ich das zeigen? Ich in meinem Haus, in meinem Haus. Was findest du da offen? Also dann... Dann raus. Raus. Dann raus riechen, aber ja. Wo ist der Kurzi, unser Freund? Helfer. Bitte beachten, dass wir keine Beleidung sind. Das ist ein bisschen Humor zu werden. Das ist ein bisschen Humor zu werden. Das ist ein bisschen Humor zu werden. Oh ja. Kurzi, wo bist du? Kurzi. Ja, ich hab schon gehört, wie wir genannt haben. Oberschrittkaktus. Warum auch immer? Weil ich manchmal nicht... Weil ich manchmal Oberschrittkaktus... Oh ja. Warum auch immer. Oh, was ist die Musik so verdächtig? 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 hm hm geht so gut, oder? oh, ich stehe, da brauche ich nur noch ein ups, hier so So Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich hab noch kurz das letzte Kürbürole eingeschnauert Eingenommen Das ist ja für mich Lass mir nichts über Von meiner Kürze Und So Her warum gehst du nicht wieder nach haus ah ich bin zu schrecklich scheiße leider habe ich es nicht geschafft in der Folge ich will euch hier noch das Endo einspielen und ich finde es mit irgendwo und ich sage das war es mit dem Video ich bin jetzt hoffentlich bei mir auf meinem Kanal ich sage tschau Leute tschüss